Hallo, was ist denn jetzt schon wieder los? Fatty, bist du das? Fatty, hol mich hier raus. Das war ein Scherz mit dem Minecraft-Gefängnis. Komm, du weißt, du hast gegen heuer Lehrgespielen. Ich bin doch selber hier drin, Herr Oberarmer. Oh mein Gott, Leute, das ist ein ziemlich ständiges Zeugzeug. Okay, wir sollen hier rauskommen. Wir sind hier bei Hotline, oder was ist das, Leute? Ey, Leute, wo bin ich hier? Was ist hier los? Ich bin einfach in einem Bombos-Gefängnis. Hat der Oberarmer uns wieder eingesperrt? Oh nein, Ray. Hey, Herr Oberarmer ist doch selber eingesperrt. Ich glaube, er war es nicht, sondern es war jemand anderes. Hast du uns das hier eingebrochen? Lass uns hier nicht raus. Gesundheit. Danke. So, lass mich hier raus. Nein. Jo, Leute, was geht ab? Mein Name ist... Nicht-Vati. Heute machen wir eine richtig krasse Challenge. Mach ich das gar nicht, Klau. Was ist los mit dir? Hä, Klau machst du das so? Klau, lass uns hier lieber raus, sonst dazureden. Nee. Aber warum, Klau, warum denn? Warum? Ist ja ganz einfach. Ich wollte mal nicht der Verlierer sein. Deshalb spielen wir heute wieder nach meinen Regeln. Also, Freunde, ich erkläre die Challenge. Diese drei Clowns sind in ihren Kisten eingesperrt und müssen Aufgaben lösen, am Werkzeugen auf diesen Werkzeugen können sie dann ausbrechen. Aber wenn sie die Aufgaben nicht meistern, werden wir strafen. Klingt das nicht nach einer Menge Spaß, Freunde? Nein. Hast du halt nicht kein Problem, dass du uns in jeder Folge einsperrst? Ach, Fatty. Ich hab euch einfach alle ganz doll lieb. Was ist das so, Freunde? Denn wie sagen wir, starten wir die Challenge in drei, zwei, eins. Los! Also, Freunde, wir sind in der ersten Runde. Jetzt wollen wir mal schauen, wie gut die sind. Leute, schaut mal, ein Freiwilliger. Wiener, jetzt hol mich hier raus, lass mich hier rausklauen. Warum denn? Warum denn? Ich bin heuer allergisch, das ist kein Spaß. Du musst nur eine Frage beantworten. Schon bekommst du ein Werkzeug. Ja, was denn? Die Frage dauert, die heißt einer von den sieben Bergen. Schneewittchen. Das ist der... Richtig, Freunde. Das ist einer von den sieben Bergen. Das sieht sogar aus wie Herr Oberhammer. Hier ist der erste Gegenstand. Das gibt's schon her. Das sind ja Streichhölzer. Bist du denn von allen guten Geister verlassen? Ich zünde die ganze Halle an. Das ist doch mega gefährlich. Ehrlich? Nein. Das wollen wir aber nicht. Das war ein neues Spaß. Verstehst du Spaß? Das ist doch kein Spaß. Jetzt beeil dich mal. Tada. Das ist der erste richtiger Gegenstand. Sehr gut, Leute. Das wird mich hier rausbringen. Rausbringen. Das reicht dann auch. Gib das wieder her. Nein, nein, nein. Wir wollen ja noch ein bisschen Spaß haben. Ich geb dir gar nicht Spaß. Hallo, Fatih. Wie geht's uns denn hier? Lass mich hier endlich rausklauen. Ah, nein, nein, nein. Wird das aber nix. Also gut, Clown. Herr Professor Dr. Clown, wenn ich bitten darf. Also gut, Dr. Herr Professor Dr. Clown. Also gut, Herr Professor Dr. Clown. Kannst du mir bitte ein Werkzeug geben, damit ich hier raus kann? Gesundheit. Wenn er so lieb fragt, dann kann ich doch gar nicht Nein sagen. Ach so, Doc, kann ich nicht. Ich muss erst eine Aufgabe machen. Das ist eine Wassermelone. Zack. Ich lege jetzt diese Melone hin. Fatih, hast du dein Geld-Poster dabei? Wow. Ist das von Dior? Davon gönne ich mir 500.000 Clowns Nasen kaufen. Sag jetzt, was ist die Challenge? Und du brauchst jetzt eine Karte. Eine Bankkarte, oder? Wow. Eine Tesla-Karte, Leute. Davon gönne ich mir eine Million Clowns Nasen kaufen. One Clown. Komm, wir sind jetzt eine Challenge. Du musst jetzt mit deiner Karte in die Melone treffen. Das ist doch ein Kinderspieler, schau ich mit links. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. Leute, guckt mal, diese Tesla-Karte. Tesla. Okay, was ist jetzt meine Waffe? Was ist meine Waffe? Einer mit der, einer mit der, einer mit der. Einen Löffel. Damit könntest du jetzt die Wassermelone zum Beispiel essen. Einen Löffel. Dafür habe ich meine Tesla-Karte geopfert. Selbst schuld. Viel Glück. Hm, lecker Melone. Leute, wie soll ich mit deinem Löffel die Zielgesteine zerbrechen? Das ist physikalisch gar nicht möglich. Herr Professor Dr. Clown. Äh, durch Ihre Intelligenz, äh, brauche ich ein sehr hilfreiches Werkzeug. Also das wäre, also ich brauche dieses Werkzeug, um hier auszubrechen. Wenn Sie wissen, was ich meine. Da besteht doch Potenzial, oder? Ah! Das lobe ich mir. So höflich war noch nie einer. Deinem Wunsch komme ich gerne nach. Aber erst muss ich gucken, ob du noch bei allen Sinn bist. Du als kleiner Zocker. Sagt man doch so, oder? Du isst doch bestimmt gerne Chips. Ich habe hier drei Sorten von diesen frisierten Kartoffeln. Ich möchte wissen, welche Sorten. Du darfst nicht gucken. Du darfst schon probieren. Tada! Los, ziehen wir an Schneller So, Champion Steht sogar aus deiner Hose Dann greifst man nach einer Tüte Ich werde doch eh erraten, was für ein Geschmack das ist Und? Ich kenne doch diese Chips Die schmecken noch etwas Die schmecken noch Chips auf jeden Fall Ja, sag schon Die schmecken noch Chips Ja, ich habe es erraten Welcher Geschmack Chips Ich dachte kurz, du bist schmau Ich muss noch einmal probieren Das ist ein Paprika Das ist ein Paprika, ich hab Ja, das ist richtig So, mein Freund Weil du ja so brav deine Aufgabe gemacht hast Und so höflich warst Hab ich dein Werkzeug Tada Danke für das Wasser Aber wie hilft mir das weiter hier raus zu kommen Also, damit kommst du zwar nicht raus Aber wir sollten denn nicht überleben ohne Wasser Mehlwürmer Was? Da sind doch niemals Mehlwürmer drin Ah, ah, nein Da sind ja wirklich Würmer drin Weggehalten Ihhh, was ist das denn? Äh, lieber nicht Ich glaube doch nicht wirklich, dass ich sowas esse Ah, ah, jetzt ist der Grund hier Ah, Gott sei Dank Dr. Clown, der ist nicht krank Er muss dann dringend raus Der hat ein Schnupfenallergie Wenn Sie wissen, was ich meine Ja, nein Nein, nein, nein Hooray Oh, fast wäre ich drauf reingefallen Hey Clown Hier Siehst du nicht, wie ich leide? Jetzt hol mich endlich hier raus Aber Du darfst nicht aufhören zu lachen Das ist doch alles lustig hier Ich geb dir gleich lustig Herr Oberhammer Jeder findet andere Sachen lustig Jetzt hab ich wieder eine nächste Aufgabe Na, mein Herr Du führst irgendwas Schlimmes im Schilde Komm her, hier Na gut Verstanden? Okay, ich mach's Ja Dann wollen wir mal die Aufnahme starten Jetzt Icha Lanak Net Trinova Jetzt das Ganze wieder Rückwärts Ja, das passt Ja, das passt Habt ihr gehört, Freunde? Habt ihr gehört? Abonniert jetzt den Kanal Ja, ja, sie sollen abonnieren Aber jetzt Gibt mir was, wo ich hier rauskomme Hey Hey Er damit Achso Nur 20 Sekunden So, Leute Damit komm ich hier raus Vati, ich seh dich schon Siehst du mich? Hier Hier bin ich Was? Gib das zurück Das war richtig knapp Das war richtig knapp Uga Uga Hey Mist Oh mein Gott Vati Sind das die ganzen Bakterien von Herrn Oberhammer? Sorry, ich kann nichts dafür Diesmal nicht Kannst du mal rausholen? Die geht es, glaube ich nicht so gut Du wirst noch krank, mein Junge Putzt jetzt erstmal deine Zelle Hygiene Ist das A und O, liebe Kinder Dann würde ich sagen, Leute Geht es endlich los Ganz genau Wenn du damit fertig bist, lasst du bei mir zu Hause weiter Die Ecken nimmst du am besten deine Zahnbürste Na, so ist das Dann werden wir uns einem Sauschen erleben Das hast du doch hier gemacht, oder nicht? Nein, 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 nein Ist das Pumpe? Was ist los mit dir? Hoppala Das reicht doch, oder nicht? Ich sehe da oben rechts noch etwas Was, könntest du da bitte noch mal gucken? Das kleinkt sehr richtig Tada Was? Warum nur eine graue Spitzsacke? Damit geht das niemals kaputt Wirst du denn noch das? Oh mein Gott, Leute Einfach eine Diamantspitzsacke, Freunde Damit wird es auf jeden Fall funktionieren Nein, 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 nein Du willst doch noch nicht gehen, oder? Ah, der gute Ray hat also doch ein Gehirn Das Bombos wird ja gar nicht weicher Das fängt ja an zu stinken Ja, klaro Der Schimmel braucht ja ein bisschen Zeit, bis er wächst Was? Naja, wie die Idee noch sei Wenn du hier schnell raus willst, musst du eine Aufgabe lösen Wir spielen Hangman Da müssen Buchstaben hin Die musst du erraten Das ist doch easy peasy für mich Du kennst mich doch Ich habe immer eine Lösung Ich habe den besten Buchstaben Und zwar R Wie Ray R wie Ray Das ist vollkommen Die Stange haben wir schon mal Ich schreibe dir auch auf hier R R haben wir nicht Hey, wie Ray Trooper Nein Falsch Ah, für Frau Apfelbaum Ja, ist richtig Ah, das ist auch was dahin Frau Apfelbaum, du bist die Beste Klaro, guck mich mal an D Wie dummer Clown Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah M M wie Millionen Millionen wie eine Million Abonnenten Ja Es fehlen noch drei Buchstaben, Freunde Es fehlen dann einmal, äh, N N wie Die Ente Oder? Frau Apfelbaum Ist das so richtig? Ich bin der Beste Ja, zwei Buchstaben fehlen, Freunde Ich kenne das Wort Daumen nach oben Daumen Oh mein Gott, Freunde Ja Lass mich hier raus Leute, geht daumen nach oben Ja Geht daumen nach oben Daumen nach oben So Wird auch Zeit, dass du ein richtiges Männerspielzeug bekommst Versteht ihr? Hier Ja, Mann, Leute Endlich eine Schere Damit komme ich hier raus Ja, Leute Ich habe fast noch Was machst du denn da? Solltest du dich rasieren Und nicht die Fude auseinander nehmen Mann Gib mir das wieder Nein Ist der Hammer für mich? Ja Nein Aber es sah cool aus So Es wird Zeit für das große Finale Für dich Die letzte Runde Was ist denn hier? Das ist ja auch das Weltclown Jetzt lass mich hier rausfahren Meine Allergie, die bringt mich wieder um Habt ihr gehört? Na gut Du musst dein Kartenhaus bauen Aus Karten Und es darf nicht umfallen Und es darf nicht umfallen Ich habe es fast geschafft Herr Hobehammer Warum bist du so gut? Sei ruhig Sei bloß vorsichtig Mist Aber Leute Keine Angst Denn ich habe noch einen Ein Ass im Ärmel Ein Ass im Ärmel Fisch Eine Delikatesse Der stinkt wie die Pest Herr Hobehammer Bestrafungen machen eigentlich nie Spaß Das ist auch gut so Und noch einmal riechen Und ab in die Pfanne Hier ist dein Gegenstand Stinkt ein bisschen Dann habe ich den Fisch geschnitten Ja Leute Das ist mein Gegenstand Damit komme ich jetzt raus Mist Dann ab damit aufs Heu Das wird ewig dauern Leute Wer kommt nicht raus Das kann ich nicht zulassen Kuckuck Guckuck Herr Hobehammer Hier bin ich Hier Weiter wärst du rausgekommen Ich habe mal einen Buchstabierungswettbewerb gewonnen Mit zwölf Jetzt buchstabierst du bitte Fatis Welt Fatis Welt Also gut F A T I H S W E L Und T Volles Welt Ja Ja Leute Abonniert den Kanal Leute Das war viel zu einfach Jetzt schreibst du bitte Endoplasmatisches Reticulum Das weiß doch jeder Das ist ein Ding In eurer Zelle Ich bin doch gerade in der Zelle Wovon redest du Clown E N E O Endo Endo was Endoplasmatisches Reticulum B Ja B Natürlich B Nein Nein Ich hab den Buchstabierungswettbewerb doch mit zwölf gewonnen Und hier kommt eine Bestrafung Philipp Okay Ah Du weißt wie kalt das ist Ah Und hier ist eine Belohnung Keine Ahnung was da mit dir anstellt Aber eine Gefahr Dann würde ich sagen Prost Gebt euch das ein fein Minecraft-Trang Jetzt geht's um alles oder nichts Entweder wird mich komplett umhauen Oder es wird mir super Kräfte verleihen Also Ray Bist du bereit für deine letzte Aufgabe Ja Kommt drauf an was du unter Aufgabe verstehst Das ist eigentlich eine gute Frage Weiß ich gar nicht so genau Clown Ja Guck mal da vorne Da ist dein Bruder Ronny McDonald Ich dachte er ist ein Gefängnis Wo denn Leute ich spür schon was Leute Guck durch meine Muskeln an Leute mit diesem Muskeln werde ich die komplette Zelle zerrücken Leute ich hab zwar die Stange entfernt aber das reicht mir noch viel Dann hab ich mir gedacht lass uns schnell zu McDonalds Und dann hab ich mir gedacht lass uns schnell zu McDonalds Und dann hab ich ja Ronny Leute ich hab's geschafft Oh mein Gott die Wirkung des Tranks hat nagen lassen Aber ich muss Herr Opa mal helfen Freunde Wir dürfen keine Zeit verlieren Kommen wir zu deiner nächsten Aufgabe Dann checkt er gar nichts Wo ist der Ball Ich muss ein bisschen überlegen Gib mir ein bisschen Zeit Drei Zwei Warte 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 Doch nicht 0,5 0,4 Los geht's Ja Hier weg Hier weg Vati Hör mal Was macht ihr da Nein Kommt Zeit Kommt aber schnell auf der Clown Kommt du bist frei Kommt Wir sind frei Wo wollt ihr beide hin Kommt sofort zurück Ok Leute Während der Clown mit Vati beschäftigt ist Packe ich mir einfach in die Zange Der hat die Zange einfach vergessen Während der die Aufgabe gestellt hat Komm hey du schaffst das Ich schaff das Amanda Wenn das nicht vati und her Oberammer ist Wo wollt ihr hin Jetzt ist feuerabend Hey Leute ich schaff das gleich Wat ein altes Spiel Dann behauptet ihr sie doch alle Ihr habt ihr nicht auszubrischen Oberammer Beruhig dich Bitte nicht Nein Nein Ja Leute Ja ich hab's geschafft Leute ich bin draußen Ja Oh mein Gott Leute Oh mein Gott Freunde Ich glaube wir sind frei Gebt dem wieder einen Daumen Oh Freunde Ich hab schon viel weg Freunde Passt auf euch auf Abonnieren nicht vergessen Ciao Oh Leute